Julian Schutzer spielt immer eine Rolle. Er hat nur noch nicht gespielt. Wenn jemand gesund ist und gut trainiert, spielt er immer eine Rolle. Es kann sein, dass Konstellation so ist, dass er wochenlang nicht zum Einsatz kommt. Aber wenn er gesund ist und trainiert und es ordentlich macht, wenn er schlecht trainiert, dann spielt er keine Rolle. Aber das würde ich jetzt hier nochmal nicht verlauten lassen. Aber der Julian spielt eine Rolle.